Durch die Zusammenarbeit mit der A&M konnte ich meinen Betrieb neu strukturieren. Ich konnte in den letzten halben Jahren meine Mitarbeiterzahl von 8 auf 12 erhöhen. Ich habe neue Kunden gewonnen und konnte den Umsatz erheblich steigern. Mein Name ist Stefan Schlögl. Ich bin 38 Jahre alt. Ich steige mir zum Bildhauermeister, Geschäftsführer und Inhaber der Uber & Schlögl GmbH. Wir sind in der Naturstellenbranche tätig. Das heißt, wir verdiegen alles, was die Naturstellen betrifft. Küchenarbeitsplatten, Treppenstufen, Bäder aus Naturstellen, Bodenbeläge, Terrassenbeläge. Aber auch für den Friedhofsektor, Grabmale, Grabinschriften, Grabumrandungen. Wir haben momentan zwölf Mitarbeiter. Wir sind ein Familienbetrieb in fünfter Generation. Darf ich das Unternehmen jetzt führen? Meine Herausforderung vor der Zusammenarbeit mit der A&M Unternehmerberatung war, meine Firma neu zu skalieren, Mitarbeiter zu gewinnen, neue Kunden zu gewinnen und die Firma gesund in die nächsten Jahre zu führen. Ein paar Wochen nur nach den ersten Gesprächen eigentlich über Alex Landerteame, der mir recht schnell die Augen geöffnet hat, wurde mir klar, dass ich einiges umstellen muss in meinem Unternehmen, um einfach auch in Zukunft gut zu wirtschaften können. Das Problem waren die Strukturen in unserem Betrieb. Alles lief über meinen Schreibtisch. Von der Kundengewinnung, Materialbeschaffung, Materialbestellung, Angebotserstellung sowie die Abrechnung ging alles über meinen Schreibtisch. Die Struktur war, ich mache alles. Ich stellte mir die Frage, wie möchte ich meine nächsten 20 Jahre als Unternehmer bewerkstelligen? Möchte ich in diesem Hamsterrad bleiben oder möchte ich grundlegend was daran ändern? Auf die A&M aufmerksam geworden bin ich durch einen Anruf von Alexander Thieme. Er rief mich an, hat mich kurz am Telefon gefragt, wie ich mich sehe, wie ich mein Unternehmen sehe. Schon bald merkte ich, die A&M ist genau der Partner, der mir fehlt, um mich in mein Unternehmen weiterzubringen. Die Strategieberatung mit dem Berater lief super. Schnell unkompliziert wurde auf meine Wünsche eingegangen. Man merkte die A&M an, sie haben viel Erfahrung mit Handwerksbetrieben. Das kam natürlich mir zugute. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Berater wurden Änderungswünsche schnell umgesetzt. Man fühlt sich durchwegs sehr gut betreut. Ein Highlight für mich sind die wöchentlichen Live-Calls mit anderen Unternehmern aus ganz Deutschland, die ihre Erfahrungen, aber auch Probleme mit einbringen. Ein Einwand wäre für mich gewesen, als kleiner Handwerksbetrieb nicht ernst genommen zu werden. Doch sehr schnell merkte ich, die A&M nimmt sich Zeit für mich, geht auf meine Wünsche und Bedürfnisse ein und kann mich in mein Unternehmen weiterbringen. Die Vorteile der Zusammenarbeit waren ganz einfach, die Prozesse wurden optimiert in meinem Unternehmen. Vorher lief alles bei mir zusammen. Nun wird genau strukturiert, geregelt, wer ist für was zuständig. Ein weiterer Vorteil war die Mitarbeitergewinnung. Wir haben innerhalb von einem halben Jahr vier neue Mitarbeiter hinzugewonnen. Und der nächste Vorteil ist, wir haben eine Umsatzsteigerung erzielt. Und weiterhin sehe ich mein Unternehmen für die Zukunft super aufgestellt. Am glücklichsten gemacht habe ich, dass ich mit der A&M einen Partner gefunden habe, der mich unterstützt und mich unternehmerisch weiterbringt. Zuvor sah ich mich als Handwerksmeister. Nun sehe ich mich als Unternehmer mit klaren Strukturen im Betrieb, glücklichen und zufriedenen Mitarbeitern. Ich habe Dienstleistungen bereits mehreren Freunden empfohlen. Jeder, der seinen Betrieb neu strukturieren möchte, neue Mitarbeiter gewinnen will, den Umsatz steigern möchte, kann ich die A&M nur empfehlen.